Willkommen beim Bike Blablabla von Eveline on the Road, der Videopodcast mit Themen rund ums Motorrad. Hallo, ja, was steckt hinter der Idee von Bike Blablabla über Eveline on the Road? Ein Videopodcast, ich habe mir gedacht, jetzt über die Wintermonate, wo halt wenig, leider wenig oder kaum oder gar keine Touren gefahren werden, wäre es doch die Gelegenheit, einfach so kurze Videos zu machen, wo man über ein bestimmtes Thema plaudert. Ich habe da schon einige Ideen im Petto. Ich habe auch schon ein, zwei, drei Interviewpartner angefragt und vielleicht habt ihr noch Ideen, über was könnte man plaudern, was ist anregend, was wäre sinnvoll, was wäre ein Thema, wo man so ein bisschen mal die Gedanken schweifen lassen könnte und in den Kommentaren vielleicht in eine konstruktive Diskussion geraten könnte. Also, das ist die Idee von Bike Blablabla, hier Eveline on the Road und ich würde mich freuen, wenn ihr da ab und zu mal reinhört. Ich weiß noch nicht, in welcher Frequenz ich das bringe, ich mache mir da überhaupt keinen Druck. Es soll angenehm, locker, flockig und lieber glücklich und gut gemacht werden, als wie mit Druck, das mag ich gar nicht. Und ja, schreibt ein paar Ideen in die Kommentare über Themen. Ich freue mich, bis bald! Danke euch fürs Lauschen. Wenn ihr dazu noch was sagen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf einen konstruktiven, freundlichen Austausch.